Die Lage im syrischen Afrin ist ohnehin dramatisch, erklärte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. 16 Zivilisten wurden getötet, darunter zwei schwangere Frauen, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle. Rami Abdel Rahman medizinisches Personal ist demnach nicht unter den Todesopfern. Das Krankenhaus wurde von mehreren türkischen Granaten getroffen. Berichtete auch der Arzt, Joan Schittiker, Zivilisten werden sogar in Krankenhäusern angegriffen. Und Afrin wird wahllos mit tausenden Granaten beschossen. Die türkischen Streitkräfte dementierten dagegen den Beschuss eines Krankenhauses. Das Militär führe seine Schläge so, dass Zivilisten nicht zu Schaden kämen. Witterte das Militär doch auch der Co-Vorsitzende des kurdischen Roten Halbmondes, Servan Beri, bestätigte, dass Bombardements gab den Tag über Bombardements in der Stadt, die sich nahe des Krankenhauses ereigneten. Aber heute Abend wurde es direkt getroffen, erklärte Beri bei der Einrichtung, in der Mitarbeiter des Roten Halbmondes arbeiteten. Untertitelung des Zivilisten 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 Untertitelung des Zivilisten